Eine zarte, schimmernde Haut und schmale Glieder geben der typischen Wassermannfrau etwas Engelhaftes, Unwirkliches. Die Gesichtszüge der Wassermannfrau sind ausdrucksvoll und anziehend. Ihr Blick ist lebhaft. All diese Eigenschaften bewirken, dass Menschen, die unter dem Zeichen des Wassermanns geboren sind, immer auffallend jugendlich wirken. Der typische Wassermann verleiht seinem Äußeren nicht durch plumpe Effekte einen Reiz, sondern durch ein raffiniertes Detail. Eine gewisse Launenhaftigkeit und Verrücktheit in Modedingen sind bei Wassermannfrauen mit Uranuseinfluss häufig anzutreffen. Allgemein vermeiden es, die Wassermannfrauen nach Schema F gekleidet zu sein. All das, was mit freiheitsliebend Abad stark originell bis exzentrisch bezeichnet werden kann, passt zur Wassermannfrau. Diese Attribute treten sowohl im Wesen als auch in der äußeren Erscheinung einer Wassermannfrau stets mehr oder minder stark in Erscheinung. Dieser Frauentyp ist schillernd und verführerisch, immer wieder aufwartend mit neuen, überraschende Einfälle, Handlungen und Reaktionen. Daraus geht ohne weiteres hervor, dass es so reizvoll und begehrenswerte Wassermannfrauen sind, für die Partner nicht leicht ist, dieses bunt schillernde Geschöpf auf ewig zu fesseln. Die Wassermannnatur ist nicht leicht zu verstehen und kaum je auf einen Nenner zu bringen. Verstehen sich Wassermannmenschen doch oft selbst nicht, sondern sind angetrieben von seltsamen Stimmungen, Wünschen, Launen, denen meistens spontan nachgegeben wird. Die Kunst des raffinierten Schminkens liegt der Wassermannfrau. Sie darf auch hier mehr des Guten tun als andere Typen. Die aparte, kühne Note, das Hypermoderne steht ihr, passend zu ihrem Wesen. Die weiblichen Wassermanngeborenen können sich zwar ebenso wie die Wassermannmänner auf zweierlei Weise entwickeln, nämlich in die strebsam ernste und in die eher oberflächliche Richtung. Doch überwiegend die unternehmungslustigen, geschäftigen Vertreterinnen dieses Zeichen so sehr, dass man eigentlich immer die muntere Wassermannfrau als die typische anführt. Viel Widersprüchliches ist im Charakter der Wassermannfrauen enthalten. Sie sind anschmiegsam und auf Selbstständigkeit bedacht. Heiter, aber doch öfters auch von trüben Stimmungen heimgesucht. Vergnügungssüchtig, aber ebenso bereit für die Familie Opfer zu bringen. Liebenswürdig und mitunter dann überraschend grob. Auf alle Fälle geistig rege und vielseitig interessiert. Sich oft zersplitternd und die klare zielführende Linie nicht immer findend. Die Wassermannfrau findet schnell Kontakte, liebt Geselligkeit und Abwechslung, versteht es glänzend, sich in Szene zu setzen und ihre Vorzüge herauszustreichen. Vertritt unbekümmerten Optimismus und strahlt unverbindliche Liebeswürdigkeit aus, was ihr rasch Sympathien einbringt. Obwohl sie durchaus hilfreich sein kann, wird man doch gut tun, sich nicht blind auf sie zu verlassen, da sie, was Versprechungen anbelangt, zur Vergesslichkeit neigt. In ihren Freundschaften ist die Wassermanngeborene nicht immer verlässlich. Sie neigt dazu, alte Freunde beiseite zu lassen, wenn es ihr selbst gut geht, sich ihrer aber wieder zu erinnern, wenn sie Hilfe braucht. Da spielt ziemlich viel Egoismus mit, der eine Nutzungsrechnung aufstellt. Alles in allem kann man sie jenem Frauentyp zuordnen, der viel zu geben hat, bei dem das aber davon abhängig ist, ob er auch gleichzeitig anderwertig ebenso viel nehmen kann. Die Wassermannfrau, die ihre erste Jugendliebe bis zum Grab treu bleibt, muss man mit der Lupe suchen. Vielleicht findet man so ein Exemplar, sehr wahrscheinlich ist es nicht. Von Natur aus entdeckungslustig und neugierig finden Wassermannfrauen, man könne ganz einfach kein Urteil abgeben, ehe man eine Sache ausprobiert hat. So eine Sache ist auch die Liebe, also nicht auf einen einzigen Menschen beschränkt. Ausdr Portland Du kannst sie dir Help Ausdr weis conflict Ausdr